ja servus ich bin's wieder hendrik von jb spiel waren hier aus unserem schönen spielzimmer in oberhausen und ja wie ihr sehen könnt ich habe mich schon eingerichtet aus jahr 20 21 hinter uns oder hinter mir hängt schon der jahreskalender von jonas kramm worum geht es in diesem video wir sind sponsor bei der schwabenstein online ausstellung und ja da gibt es fantastische mocks zu sehen ganz viel rund um das lege thema lego auf verschiedenen youtube kanälen die ihr euch alle angucken können wenn ihr bei euch bei uns auf die homepage geht da man eine schöne landing page gestaltet wo ihr sehen könnt zu welcher uhrzeit was vor allem auch auf welchen kanal läuft und es gibt preise zu gewinnen wir sind als sponsor der preise aktiv und diese preise will ich euch mal kurz zeigen denn es können nicht nur die aussteller etwas gewinnen wo ihr dann voten können wer denn diese preise verdient hat sondern auch ihr als zuschauer könnt gewinnen ein großes lob schon mal jetzt an die organisatoren von schwabenstein wir waren die letzten jahre ansonsten immer bei der messe auch live mit dabei in stuttgart dieses jahr hat es aufgrund von corona nicht sollen sein aber die online variante ist eine geniale alternative und ja jetzt zeige ich euch einfach mal was man gewinnen kann keine sekunde und zwar haben wir ja mit dem jens zusammen diese wunderschöne tier sets gebastelt und ein paar davon haben wir zurückgelegt und die gewinner jeweils der erste platz der vier youtube kanäle der der aussteller die dann zum ersten platz gewählt wurden gewinnt ein komplettes package mit diesen schönen tier sets im wert von 76 euro oder 75 euro irgendwas ihr als zuschauer könnt das ebenfalls gewinnen es gibt einen glücklichen auf jedem youtube kanal also in summe vier mal dieses package dass man dann entsprechend gewinnen kann wie ich finde ja also erstmal klar dank an jens noch mal hin noch drauf der übrigens bei der schwabenstein auch ausstellen wird am samstag und zwar nicht über die tiere spricht aber über andere tolle sachen die er so macht das ist also der erste preis dann haben wir natürlich noch einen zweiten und dritten preis zweiter preis vier mal zweiter preis zu vergeben ist diese hedwig bildable hedwig haben auch ein tolles youtube video von gemacht wer will kann sich das mal anschauen und der dritte preis viermal ein dritter preis ist der feuerdrache hier von lego creator in summe ganz tolle preise ganz tolle aktion drei tage lang kann man sich auf youtube die volle dröhnung lego geben ich bin auf jeden fall mit dabei hoffe ihr auch schreibt uns ansonsten gerne in die kommentare auch im nachgang wie es war schaut gerne auch bei uns im spielzimmer vorbei oder auf unserer homepage bis dahin und ja bis zum nächsten mal und